Musik Liebe Reiterinnen und Reiter, liebe Musikfreunde, die Musikkapelle Reit bei Kitzbühel sendet euch heute einen musikalischen Weihnachtsgruß. Nachdem im Sommer so gut wie alle Platzkonzerte gespielt wurden und selbst die traditionelle Zezilien-Festmesse noch durchgeführt werden konnte, muss die nun anstehende Christbaumversteigerung aber schweren Herzens abgesagt werden. Da in näherer Zukunft keine Besserung in Sicht ist, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir die heurige Christbaumversteigerung in herkömmlicher Form leider ansagen müssen. Wir werden aber trotzdem in Briefform in nächster Zeit um eure Unterstützung bitten. Und unter allen Spendern werden dann noch bei einer großen Tombola äußerst attraktive Preise verlost. Unsere Ziel ist sicherlich, das Frühjahrskonzert wieder anzuhalten. Auffangen werden wir mit der Brung, wenn es die Situation zulässt, Mitte Jänner. In diesem Sinne wünsche ich euch alle noch miteinander schöne Weihnachten und besinnliche Feiertage. Ich schließe mir die Glückwünsche von Bernhard Du und wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022, einen guten Start, bleibst gesund und wisst ihr, wir sehen uns, wir hören uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns.